Hallo und willkommen zurück zu Simply Magic mit dem Stefan. Hallo. Hallo. So. Ja, jetzt waren ein paar Tage Pause gewesen. Wir hatten etwas zeitliche Probleme und wenn alles gut läuft, ist das Video sogar mal in 60 FPS. Wenn es vom Rennen her alles klappt. Ah ja, was ist denn die Kühe oben? Keine Ahnung. Vorbereitet haben wir jetzt weiter nichts. Eigentlich überhaupt nichts. Ne, wir haben selber jetzt keine Minecraft gespielt, die letzten zwei, drei Tage. Und wir können wieder Puppen zähn. Echt? So, und? Ui. Ein bisschen Dingshaus. Jo, wir brauchen auf jeden Fall wieder alles mögliche. Ich muss immer meinen... Kannst ja mit deiner Pickaxe der Farm gehen. Ne. Weil die noch nicht full ist. Ich gehe erst mit der Farm, wenn die full ist. Ähm. Loll, wie und so. Ach, ist doch. Die, die, die Dings sind ähm. Und zwar im Müllkisten sind full. So. Ich bin noch nicht geschafft, das zu lotieren. So. Stimmt ja, ich war ja, ich war dabei ein, dieses Ritual-Storm zu machen. Ritual? Ja, die sind, diese 24 Blöcke, die ich da erstmal machen muss. Ach so. So. Okay. Haben wir da noch Kohle? Eine Ahnung. Hier haben wir noch Schnitzel. Musst du die Kohlewand fahren. Alter. So viele Schnitzel. Hm. Wie. Ne, wir haben nur noch... Holz haben nur noch. Ähm. Es könnte mal was bauen. War das immer Dark Oak, was so groß geworden ist? Was kann ich bauen? Du könntest doch mal was bauen. Was soll ich denn bauen? Ich baue schon gleich was. Ich baue schon gleich was. Ich baue schon gleich was, wenn ich gefunden habe, was ich bauen wollte. War das Dark Oak? War das immer so groß geworden? Ja, ne? Dark Oak war das. Oder? Ich glaube ja. Jetzt sind wir da draußen so ein paar Bäumchen hin und dann... Ich habe keinen Platz mehr. Was machst du? Achso, du spendest Blut, ne? Ja. Ja. Musst du doch den Gold Apfel essen. Allein? Äh. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Ja, das wird schon so gehen. Musst du einen bauen. Aber haben wir aber auch einen Apfel? Ich glaube ja auch. Ja. Ich esse auch ab und zu mal Äpfel. Ja, das sind Apfel. Wenn ich äh... Hä? Okay. Ähm. Na, ab und zu mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so viel Gold haben. Wir haben über einen Stack. Ja, ohne. Nicht crap, nicht machen. Wenn du eh so einen OP abwippern. Dann brauchst du Gold Blöcke. Okay. Und einfach so 72 Gold draus haben, das ist auch Schwachsinn. Züchte dir lieber eine Kühe oder sowas. Ich würd schon gehen. Freilich. Ja, die Kühe muss erst wieder groß sein. Das ist ja das Problem. Ja. Das Garten-Tail würde ich das Garten nicht anfassen. So. Gut. Okay. Ähm. Muss immer dann questmäßig eingestehen geblieben. Gut. In Botania muss ich jetzt das Elfen-Portal aufmachen. Immer noch was. In dem Elfen-Portal. Schau, ich brauch noch was die Kühe ummachen. Ja, das braucht... Das braucht halt so viel ähm ... Dings momentan noch so viel. zu viel mana du weißt doch keine mana blöcke zu lösen ja ich wollte auch hier das ist jetzt Aura Cascada ist auch wieder angefangen das Wasser da unten kocht immer noch nicht das ist irgendwie sehr mysteriös probier mal dieses eine Wasser dieses hellere dann kann ich dir auch nicht helfen quitscheri mutantes so ich wie war das jetzt mutantes was braucht man da alles mutantes sich verarschen ja ach so mutantes so mandrake rot dieses horn und ei okay ich habe immer noch die Kartoffel auf ei mandret ja du bist eine Kartoffel passt auch zu dir wo sie dieses teil schalten exhale heißt das die war wunderpiste exhale ach ich hab's schon hier unten okay ich kann auch dann meine blumen verfüttern war ja klar dass du ja typisch an deine blumen denkst oh ich ja cool idiot was geht hex hex doch ist ne hexe hast du zu viel BB Box weil ich das dritte laut easy cool ging ja doch jetzt blut spanish moss ember Moss hot the blämpf alter steppling roma okay so hoch Oh Gott, was sind das für komische Blumen? Mutation ist der einzige Weg, um diese neue Pläne zu erzeugen. Als sie erzeugt werden, können sie gespreden, wenn geplant werden. Okay. Mutant ist ein ähnliches Bohnmüll. Hau und Seed Excellation. Die Pläne in den neuen Typen von Vanilla. Okay. Easy. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwelche Bäumchen setzen und dann dieses Mutant ist draufschmeißen. Ja, nichts. Das ist hier, äh... Wollen wir dann sprechen können hier, ne? Mindergall. Akazie. Komm mal ran. Dark Oak. Normaler Oak. Und? Oder kann man das craften? War die Maskenproduktion bei den Kühen? Nee. Und die ersten Kühe sind schon wieder gleich groß. So. Lol. Graveyard. Okay. Mit dem Zeug kann ich aus Rotten Flash normales Porkchop machen. Okay. Das und das ergibt das. Hm. Lol. Mit dem Mutant ist kann ich aus Steak ein Hühnchen machen. Alles klar. Auch geil. So. Und dann mal Mutant ist draufschmeißen. Das geht. Easy. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Leute. Ich brauche mehr von dem Zeug. Hehehe. Wer züchtig damit. Aber da brauche ich dieses Mandrake. Mandrake Dings der Wumster. War das nicht auch irgendwie ne Blume? Ähm. Samen. Das ist kacke das die Kühe so einen großen Kudan haben. Mandrake sag ich doch. Mandrake war sonst so ein Ding. Coole Sache. Äh. Ich brauche einen Eimer. Eimer 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 Eimer. Äh. Da Eimer. Wie geil ist denn das Zeug. Ich brauche mehr davon. Hehehe. Voll cool. Ah jetzt kocht das Wasser komisch. Er weiß gleich. Hä? Der wollte mich glaube ich nur ein bisschen. Bisschen. Er wollte sich einfach nur veräppeln. Hm. Ich glaube es auch. Der wollte mich einfach nur pranken. Das Schwein. Mr. Prank. Hä? Oh. Ja das ist wieder so ein Scheiß wie das rum läuft. Ach die Mandrakes sind doch wieder bescheuert. Da musst du wieder zwei Viecher umhauen. Bis wir so. Boah. Au. Ne. Geh mal hier. Ich bin hier unten. Oh. Easy. Oh. Oh. Die was? Ja. Ne. Ne. Komm her. Mach kaputt und dann hau rum. Ne. 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 Schwindelig. Oh. Oh. Ist was gebracht? Ne. War aber zumindest lustig. Ich brauche noch Eier. Geht das nicht auf allen Mobs? Ne. Warum? Haben wir noch Eier? Oh ja. Eier aufbrochen. Eier. Oh. Wie. Wie war denn dieses Exhale herstellen? Oh. Da kann man sogar Voodoo Puppen ausbauen. Easy. Vergiss. Warum los ab mit dem Voodoo Puppen. Was? Warum los ab damit. Normalen Oak Säpling verbrennen mit den Flaschen. Okay. Sonst mach ich die Voodoo Puppe. Nimm dein Haar und schmeiß dich dann. So wir sind in Wasser. Dann trinkst du. Okay. Weiß ich mal. Mhm. Ja. Wohle Puppen sind schon auf dem Verluste. Äh. Irgendwie. Wir haben es gleich geschafft. Och ne. Hier ist irgendwo ein Habu. Gehackt. So. Okay. Ah ist noch genug solche Dinge. Ne. Öhm. Oak Säpling. Ich brauch nie. Okay Jürgen. Ah Leute, jetzt habe ich kein Oaks-Hab nehmen müssen, ja mann. Hallo. Du rennst auch wieder durch die Gegend, ey. Ja, weil ich aber die Habe vergessen habe. Es ist Paarungszeit. Schon wieder? Ja. Die Produktion an Krülen. So. Fuck. Warum was brauchst du jetzt eigentlich schon wieder? Ja, einfach Blut brauche ich. Ja, okay. Dann craft halt endlich mal so ein paar Runen. Dass du mehr Blut raus bekommst in unsere Geschäfte. Wer gesinnt denn das? Ja, du bist doch hier Blood-Magic-Männchen. Effizienz ohne? Nee, oder? Effizienz gibt es zum Beispiel mehr Effizienz. Ich glaube ja nicht. Oh, es kocht doch noch nicht. Ach Mann, komm Alter, wie lange braucht denn der Scheiß zum Kochen? Ohne Off the Orb? Okay. So ein Ember-Moss brauche ich noch und ein Spanish-Moss. So. Halt die Mantric. Muss ich da drüben anfangen sonst finde ich sie wieder nicht. Ja, muss gucken jetzt, welche Ogon das ist. Bäh? Da ist meine Axt da. Ich gehe erstmal schlafen, bevor ich den Enten ins Dunkle stütze. Naja, aber du kannst auch gerne ins Dunkel wählen und so wirst du es ja nicht. Soll ich mal töten? Nein. Was machst du eigentlich hier unten? Crafted. Okay. Oh, ich muss was essen. Was denn? Fehlgecrafted? Ja. Ja. So. Jetzt einmal die OP-Ax in Action. Oh, ich hab was für dich. Was denn? Warte gleich. Erstmal OP-Ax. Ich hab ne tolle Pflanze. Wow, Alter. Easy. Ich hab nämlich die Quest jetzt fertig. Okay. Hier. Irgendwas von Platania. Ein Overcrow Seed? Hm. Easy. Der bewegt sich sogar. Ja. So. Jetzt... Jetzt muss ich dieses komische... ... 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